Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Dank. Jetzt in Ebene 3. Und da sehe ich was zum Heilen. Oh! Juhu! Komm schon, nirgern ab hier. Okay, warte mal, wo gehst du da lang? Da ist doch das Ding auf der anderen Seite. Für was ist ein Kampf mit deinem Lord? Vor allem, ich muss mich jetzt fertig machen. Ja, ich würde gern, äh, Items kaufen, aber das darf man ja nicht. Sagt das Spiel ja leider nein. Gut. Aber wenigstens werden wir vorgewarnt. Ja, ich bin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hab für die ganze Zeit drauf gewartet, äh, toll. Ja, du wirft ihn. Warte mal. Ich muss euch zeigen, wie meine Kraft beginnt. Den Schaden in der Luft. Das ist so schön. Das ist so schön. Ja. Ja. ok wird zu wissen wir müssen haben ich habe kein Geld ich habe kein Geld Jetzt noch einmal so. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir versuchen es einfach. Warte mal, wo kann ich denn da... Ich hab noch nicht so oft Schnellreise gemacht. Ich will nicht. Ich will nicht. Naja, ne Stunde hab ich jetzt Zeit dafür, ne? Ich will nicht. Ich will nicht, wenn ich dir sage, dass es Zeit nicht so was noch schlimmer ist. Dann würde ich dir sagen, Gott sei Dank erlebe ich den heute nicht mehr. In welches davon muss ich... Ach, okay. Danke! Muss ich denn nur... Na gut, ist ja nicht das Komplette. Sind ja nur die Kämpfe hier, glaub ich, oder? Ich hoffe ich. Naja, sie nehmen zumindest mal mehr Schaden. Die noch mal ein Keggen. Wird Dich, das ist ein Schaden. Ich sehe Schaden. Ich schauke das. Wann, ich schauke das. Die noch nicht, ich schauke das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020